Und damit herzlich willkommen zurück, ähm, hi. Das war schmontan. Ja, Freddy hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich wollte kurz den innen den Erfahrungsschreien nutzen. Wir können gleich kurz noch mal ne Pause machen, ich will nur kurz den Erfahrungsschreien nutzen. Ich hab auf Aufnahme gedrückt. Okay, gut. Dann muss ich nachher nur noch aus dem... Ich hab auch alles Heimat zurückgedrückt. Ja, dann muss ich nachher nur noch aus dem Ordner die Sachen rauskaspern. Boah, ist das schön mit dir wieder aufzunehmen, Alter. Ich hab mir noch eine große Urteil. Na, können wir noch da unten nochmal gehen. Ich glaub, da war noch ne kleine Ecke über. Ja, klar. Oh, guck mal! Oh, bist du... Oh, guck. Oh, der ist so süß! Den behalte ich. Mach Raptor an. Ich hab ihn, ich hab ihn einfach umgebracht. Hhhhhhhhhh. Oh, nein, nein, nein. So much up. Oh, logger, no. Guck mal, stun. Es interessiert uns einfach nicht. Wie, ich hab's gestunnt. Ja, aber es hat uns nicht interessiert. Oh, Gott, es. Es hat sich kurz nicht bewegt und dann sofort angegriffen. Oh, hier steht jemand im Händler? Das dann geht auch nicht so lange. Ich hab die kaum geskillt. Wieso krieg ich euch von allem auf die Fresse? Was ist los mit mir? Weiß ich nicht. Es wird sich übrigens in den nächsten zwei Monaten sag ich jetzt einfach mal eventuell eine Kleinigkeit ändern. Das nur so vorab. Das heißt, ich werde trotzdem weiter versuchen, regelmäßig regelmäßig und ich für Videos. Regelmäßig. Ich versuche ja halbwegs regelmäßig, oh danke, Videos zu laden. Aber das klappt leider meistens nicht. Und, oh Gott, hier geht es ja auch noch weiter. Freddy! Nope! Oh, look at nope there. Was ist denn das? Das ist Dragona? Ja, Feuerdragona. Wissen die so? Moment mal. Stand. Danke. Die sind ein bisschen stark, Alter. Na, geht. Sollen sie dich fokussen, geht's mir gut. Ja, das ist das Problem. Die fokussen immer mich. Immer. Oh, da unten ist ein Portal. Guck mal, eine Katze läuft hier hinterher. Wo? Besser ausgewichen. Oh, die hab ich gleich gesehen. So. Ich bin aber komplett rausgezoomt. Oh, ich hab eine Dragona gefunden. Oh, look at nope right there. Weil hier Dragona sind. Warten wir jetzt dann. Ach, das war, was war das für Dragona? Ein Zauberer? Ich hab nur noch einen Heiltrank. Dann heil dich. Hab ich schon. Oder heil mich? Oh, Gold. Boah, Alter. Was? Hab ich die Eis-Ecke lootert? Nee, es lag grad ein bisschen. 22 FPS. Mein Bildschirm schlägt leider nicht mehr. Ist mit uns dann mal aufgefallen. Oh, ein Verwüster. Oh, er ist tot. Du hast einen Gesundheitsdrehen. Willst du nicht mitnehmen? Doch, hab ich nicht gesehen. Das ist einfach wieder wie mit dem blauen... Willst du nur noch einen Heel geben? Nein. Das ist wieder wie mit dem blauen Beinschienen, die ich am Anfang übersehen hab. Die liegen einfach da. Ich seh sie im Video. Ich denk mir so... Und jetzt gleich, sagt Freddy. Du hast da was übersehen. Und dann sagt Freddy. Oh, blaue Beinschienen. Schön, dass du sie nicht mitnimmst. Das war lustig. Das war noch die, die... Weil ich diesen Set-Sperr schon vorher hatte, oder? Ja, genau. Babylonische Beinschienen. Die waren doch hier am Anfang des Solo-Plans. Darf ich das sehen? Da hab ich ja noch... Benutzt. Benutzt du die eigentlich? Boah, du Lackskraft. Wie so eine Hure, ne? Ja, ich benutze die. Ich hab drei Teile von dem Set. Das liegt an dir. Ja. Hier hat wieder einer so'n Rucksack auf. Ich will auch so einen haben. Dann nimm dir einen. Eigentlich nicht. Die Grad machen gar keinen Schaden. Außer sie vergiften mich, weil ich ziemlich viel Gift-Schaden krieg. Oh! Meins. Du hast schon welche. Gib die her. Ich hab auch welche. Fällt mir auf. Was war das? Das war ein blaues Beinschienen. Lazar-Armschienen. Noch ein Set. Oh, die sind gut. Oh, die sind richtig gut. Was für ein Set ist das? Äh... Lazarus. Armschienen waren das oder Beinschienen? Armschienen. Ja. Was ist das für ein Set? Wofür, worauf? Lazarus. Ja, was bringt das? Ähm... Blitzvergeltung, 22 Stärke, 28 Verteidigungsqualität und 10% Angriffsgeschwindigkeit. Ja, cool. Kannst du mir helfen jetzt? Doch, paar Raten jetzt mehr. Das ist doch was. Und die Großen machen Schaden. Ja, die vergiften einen nämlich. Kannst du mir ein Heal geben? Nicht, wenn du wegläufst? Vielleicht überstehen, bleiben und sterben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, dich mit dem Heal zu treffen, wenn du läufst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, zu überleben. Doch, eigentlich schon. Boah, wie tief ist denn diese Hürde schon wieder? So, der Stoff ist ja so bisher. Drei, vier, fünf, zwei. Ich weiß, warum wir die ganze Zeit sterben. Ich weiß nicht, warum ich Beichen jetzt nicht angehabt. Oh, guck mal, Geister. Oh, guck mal, Trotzigeister. Geister, 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 Weißbrot. Ich habe ja immer noch keine... Guck mal, anst du an. Ich habe ein kleines Problem, ne? Also, ich habe immer noch keine Gesundheitstränke. Ja, ich habe ein paar aufgehoben. Ich habe wieder 21. Super. Für dich. Bei mir wären das mehr. Oh, Zombies. Ich mag Zomb, ey. Ja, Zombies kenne ich gut genug aus. Cribbendor und also... Zombie trinkt... Zombie schmeckt gut. Ich kann nicht looten. Hier geht's hoch. Warum? Hier geht's auch hoch. Ach man, hier ist in so einem Seelenschrein. Da gehe ich nicht ran. Geh du mal hoch. Da gehen wir an den Seelenschrein. Weißt du, ich bin überlösten. Okay, die Viecher one-hätte ich. Okay, mehr. Äh, Heal bitte. Ich habe gerade irgendwas fast gewone-hättet. Du hast aber Gesundheitstränke. Ich nicht. Kannst mir trotzdem Healen. Habe ich gerade. Nee. Du hast dich gehealt. Ja, dann nach. Aber wie lange das gerade ein bisschen wieder? Das ist schön. Nee, ich habe keinen Heal bekommen. Okay. Komisch. Noch so ein dunkler Obelisk. Oh, das ist doch, dass du mich nochmal heilst. Nein, lieber nicht. Der ist schweiß krank. Ich habe dich doch geheilt, Mann. Ich habe jetzt erst einen Heal bekommen. Vielleicht ein bisschen. Was ist denn das hier schon wieder? Oh, ich bin ausgehauen. Mit Mantis. Na, das war da jetzt. Moment, ich gehe jetzt hin. Oh, wirst du. Wollen wir jetzt mal hier rausgucken, wo es jetzt hier gehört? Eigentlich nicht, aber ja. Ja, das fühlt sich da an, wo wir letztes Mal, äh, wo wir weggegangen. Das ist so, wo ich habe die falsche Taste. Auf drei ist nämlich immer meine Granate in Grim Dawn und dann mache ich immer ganz viel Schaden mit dir, ja. Ja, pack deine Granate hier halt auch auf die drei. Wie kann ich meine Granate diesmal? Klar, Giftbomben. Äh, das war jetzt alles, oder? Ja, unten in der Hölle waren nur noch zwei Sachen. Ja, aber ich meine es hier oben. Bitte? Weißt du, du läufst weg und sagst Heal, bitte. Ja, ich bleib stehen. Heal, bitte. Du läufst weg. Ich laufe dir hinterher. Geh ein bisschen um dich rum. Heal, bitte. Das lag einfach so schlecht, Alter. Immer wenn du sagst Heal, bitte, stehst du zwei Kilometer weit von mir weg. Dann renne ich dir hinterher und dann rennst du dahin, wo ich vorher stand. Ja. Wir rennen die ganze Zeit einfach nur aneinander vorbei, Alter. Wie heal die ganze Zeit aneinander vorbei, meinst du? Was sind ja du. Heal ist an mir vorbei. Ich heal an dir vorbei. Oh Gott, ich könnte weiter essen jetzt. Na, das war eine Quest. Ja, ein General in Ruhe stand dir im Leben, oder? Oh Gott, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Das war eine Quest, dass wir hier alles kaputt prügeln sollen, oder was? Da war gerade ein Doppelkling. Ist die gut? Weißt du ja nicht, du hast auch irgendwas Grünes aufgehoben. Ja, das war ein Streitkolben. Guck gleich noch. Ach ja, ich habe keine... Ich geh schon wieder hoch. Ich habe aber keine Tränke... Ich habe mich nicht geheilt. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich habe die alle gerade gestunt. Ja, hinter mir sind noch zwei Feuerteufel her. Ich hatte gerade 600 Leben, wenn es hochkommt. Vielleicht doch nur 300. 300. 10 Euro, aber guck mal, Feuerteufel. Oh, warte mal. Äh, iiih. Was? Ah Gott. Kennst du das, wenn du geduscht hast und dann läuft dir das Wasser noch aus dem Ohr? Ja, manchmal. Bah, richtig ekelhaft, Alter. Ich dusche halt sehr ausgiebig. Wo sind wir denn hier? Oh, jetzt nochmal Feuerteufel. Haben wir hier quasi abgeschlossen eigentlich, oder? Ja, ich glaube schon. Machen wir es mal. Sieht irgendwie hübsch aus hier. Oh nein, wir sind fast dran. Ach ja, stimmt. Ja, sorry Jörg. Ich habe gerade vergessen, dass man einfach auf sein Bild oben rechts klicken kann, um sich zu hören. Es ist viel zu weit weg, man muss immer so mittendrin Bildschirm. Ja, meiner auch. Sie werden hier schon wieder gelandet. Schreien von Song und Kui. Müssen wir ihn töten? Ding. Wo haben wir ihn schon getötet? Dong. China-Fanne. Boah, man muss aber auch genau sein Bild treffen, sonst bist du immer noch am Arsch. Oh, ja, ein Gesundheitstrank. Äh, ich habe ihn gerade... Ich habe gerade mit einem Großmesser auf ihn gewonnen und er ist in die Stunt-Force gegangen, um ihm auszuweichen. Äh, aber hier unten geht es nicht weiter, ne? Aber hier sind tote Kühe. Wo sind tote Kühe? Hier liegt eine, da vorne liegt eine. Ja, das müssen keine Kühe sein. Was sind Kühe? Das können nicht irgendwie andere... Das können auch andere Paar-Hufer sein. Paar-Hufer? Paar-Hufer. Ist jetzt ein Bauern, weißt du die ganzen Tierbegriffe? Nein, aber dass es ein Paar-Hufer ist, weiß ich. Boah, Alter, ich habe gerade schon mein Gesundheitstrank genommen. Der Zauberer fickt mich so ein bisschen. Komm, ich will tun, müssen alles. Wir haben jetzt Haar gleich voll. Meins ist voll. Nein, keine Ahnung. Meins ist voll? Ah, ne, doch nicht. Ähm, übrigens, wenn du dann... ...wochenende irgendwie vorbeikommst, damit wir Apfelsaft konsumieren können, ...können wir auch Starsky Hatsch aufnehmen. ...halt auf dem anderen Bildschirm. Hm? Konsumiert bereits? Egal, ne? Komm, was ab. Musst du nicht irgendwelche geheimnisvollen Waffen finden für diesen einen Typen an den Bergen? Haben wir das nicht schon? Die fehlen doch. Okay, dann finden wir die hier. Weiß nicht, ich habe keinen Waffenventar. Ja, ich glaube, ich glaube, mich zu erinnern. Können wir nicht rein? Nein, ach man. Mein rechter Finger wird immer so schwer. Dann drücke ich versöhnlich auf... Das ist jetzt doof. Was denn? Oh, der Gott, kein Mana mehr. Wo bist du? Freddy? Hier unten, ich verpugel was für uns, oder? Ja, ich verpugel hier gerade eine Skala in Skelett Horde. Ich habe hier Skala verpugel, ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer. Das waren bei dir genauso viel. Okay, vielleicht war es ein paar mehr. Das war übrigens gar noch weiter, das heißt für mich. Ernsthaft? Ich, das ist ein Stab, war das. Kampfstab. Nein, das ist ein Garnereiter. Nein, das war ein grünes Dingstab der Gaunerei. Ja, Kampfstab der Gaunerei. Guck mal, da ist ein riesiges, ekelhaftes... Was? Ich habe keinen Kampfstab. Ornamentstruhe. Gold, 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 gold. Das Geld ist bei mir nicht mal aufgeploppt. Und das war's. Richtig gelohnt? Hier ist für eine Leiche hierhin gelaufen. Was ist denn das? Ist das ein Fahrfüße, oder ist das ein Yeti? Sieht aus wie ein Yeti irgendwie. Warte. Nein, es ist ein Geweih. Hat's nicht. Doch. Blinkt. Doch, hat es. Nein, das ist ein Dämon, dann müssen wir weg hier. Ja, sieht wirklich aus wie ein Dämon. Okay, warte. Du stehst noch bei der Kiste, oder? Ich bin jetzt schon... Ja, jetzt bist du weg, okay. Ich bin dafür, wir gehen erstmal nach Hongkong. Hongkong? Chang'an. Was ist Chang'an? Ach, die letzte Stadtmann wegen Money, Money. Wegen Päde, Päde. Übrigens, falls ihr einen richtig geilen Film... Wie konnte man einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Halt die Fresse, du Hurensohn. Falls ihr einen richtig geilen Film sehen wollt, dann schaut ihr euch Lucy an. Oh, das war besser als meins. Ich habe das verkauft. Das hört sich gut an, nehme ich das dann mal. Den habe ich nämlich inzwischen geguckt. Okay, war gut. Der war verdammt gut, Alter. Ich habe mir das Spiel zum Lego-Film gekauft. Okay. Willst du das Lazarus-Set eventuell haben, wenn wir noch einen Teil davon finden? Ich würde es euch jetzt nehmen. Ja, jetzt mag ich es aber noch gerade ganz gerne. Jetzt ist das Teil, was ich... Das einzige Teil, was ich benutzen kann, weil das Armschienen sind. Was gehört denn da sonst noch zu? Ein Helm, ein Panzer und Beinschienen. Und alles... Also Beinschienen, Panzer... Ne, Beinschienen und Helm habe ich in Babylonisch. Und den Panzer halt noch nicht. Sieht das gut aus, was heißt? Na, was heißt gut aus? Ich sehe nur die Armschienen davon. Und die sehen die hübsch aus? Guck sie dir an. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Bla, 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 bla. Was sind das für Ränge? Bla, bla. Schlecht. Schlecht. Tränke. Ich habe mir meine normalen Tränke verkauft, die ich noch hatte. Hat mir das bewusst so gekauft. So, 30 und 20 Satte reichen, ne? Tschüss dann. Warum sagt ihr das? Ich habe jetzt mehr gekauft. Ich habe jetzt 50. Warte, ich muss noch kurz umsortieren. Oh, wir haben zwei Rotorenzählen erfährt, die ich jetzt. Okay, ich habe auch noch irgendeinen Scheiß dabei. So, wir wollen jetzt nochmal 50 Heiltränke kaufen. Ich habe jetzt 50 Heiltränke und 50 Energietränke. Ich habe 30 und 20. Ich glaube, es sollte erst mal reichen. Übrigens in drei Minuten, schaffen wir noch irgendwas? Keine Ahnung, wieso. Weiß ich nicht. Wann wollen wir jetzt? Wann wollen wir jetzt? Oh, ich habe noch zwei Punkte. Dann wollen wir eigentlich hochladen. Tschüss dann. So wie immer? Also so wie früher? Ich denke mal. Ja. Ich weiß nicht, heute jetzt nicht mehr. Ich denke, ab Samstag. Samstag, den 13. Dann geht es dann raus. Gut, ich bin bei deinem Portal. Ich bin bei meinem Portal. Ja, ich bin vielleicht die Hürde jetzt. Ja, dann geht es ab Samstag wieder los. Willst du gleich noch einen aufnehmen oder nicht? Ja, drei Parts ist schon okay, ne? Eine Woche voraus ist gut. Dann kann ich die alle schon mal hochladen heute Nacht. Falls ihr es noch nicht wisst, das ist immer noch mein altes Problem, dass ich keine vernünftige Internetleitung habe. Und deshalb, also da wird es wahrscheinlich auch bald eine Änderung geben. Da muss ich aber erst noch mal nachfragen. Okay. Auf was sich das dann erhöht. 100. Ich hoffe. Ernsthaft, ich hoffe so sehr, dass es eine 100k Leitung ist. Dann komme ich hin und wieder mal vor allem hochzuladen oder um mir irgendwelche Spiele runterzuladen, die ich aufs Team gekauft habe. Joa, schon okay. Schon okay für mich. Ich wohne an der Woche von deinem Keller. Ich habe da keinen Keller. Ich baue mir einen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin übrigens. Ich glaube, ich bin von Höhle. Wie, wo du bist. Ich bin einfach bei euch. Ich bin gar nicht verlaufen. Oh Gott. Sie sind ja stark. Hier bin ich. Warte mal, was ist das? Ich weiß nur, als wir krass überlevelt waren. Hm. Das war eine schöne Zeit. Ich vermisse sie. Ein bisschen. Jetzt hat das Spiel mal wieder ein bisschen fordernd. Vor allem Maus fordern eigentlich, weil meine Maus nur noch am klickern ist. Und dann auch. Wir haben jetzt vermutlich dieselbe Maus, nur eher eine neue Variante. Läuft bei mir. Was heute mit dir los, Alter? Du übersiehst den grünen Streitkolben. Ja, ich bin Grimda und gewöhnt. Ich drücke kaum noch auf X. Gut für mich. Du bist sowieso fast eine Million im Rückstand. Ich brauch's ja ganz scheiß Geld nicht. Guck mal in der Binkschaan. Ist das hier schon das letzte Portal? Oder das vorletzte? Das vorletzte, glaube ich. Oh. Gibt es hier Prügel? Ja, hier für die Bauern. Ich glaub, die sind unsterblich. Guck mal kurz. Na, voll, jetzt ein paar Taus sind wir. Was? Wir sind jetzt beim Jadepalast. Und danach kommt noch eins. Also zwei noch. Nein, das ist jetzt der Jadepalast. Und der Pass ist jetzt vorbei, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal dran. In Charlotte. Ja, genau. Tschüss. Direkt noch ein? Ja, warte. Ich muss grad noch ein paar Tigertode kloppen. Ich nehm grad noch auf. Okay. So, bis gleich. Tschüss.